Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tipp wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Jopp, das Halbfinale der Europa League steht an. Ich würde sagen, viel Spaß, los geht's mit dem ersten Spiel Sevilla gegen Manchester United. Viel Spaß! Für beide Mannschaften dieses Halbfinals war es ein unglaublich harter Weg in die Runde der letzten vier. Manchester United setzte sich in der Nachspielzeit bzw. in der Verlängerung sogar erst durch. Sevilla schlug kurz vor Ende der regulären Spielzeit zu. Manchester United hier von Beginn an aber die bessere Mannschaft und sie schlugen durch Marcus Rashford nach einer Viertelstunde zu. Das 1 zu 0 für die Red Devils, wunderbare Flanke von der linken Seite und Rashford hält nur noch den Kopf hin, nicht zu halten für Bruno. Und United wollte noch schnell einen drauflegen. Matic zu Bruno Fernandes, der abermals einen wunderbaren Mittelfeldmotor abgab. Hier schließt er ab, aber der Ball etwas zu zentral. Albono, der momentan Beste bei Sevilla. Und der erste Durchgang gehörte komplett den Engländern. Die Spanier kamen nicht nach vorne, mauerten sich hinten ein, aber konnten auch nicht alles verhindern. Martial, schöne Drehung und das muss es doch jetzt sein. Das 2 zu 0 komplett überfällig. Martial aber nicht gut genug. Mit dem 1 zu 0 ging es dann erstmal in die Pause. Der FC Sevilla hatte Glück, dass es nur 1 zu 0 stand. Und Rashford momentan der einzige einfache Torschütze des Abends war. Der zweite Durchgang nun aber von einem anderen Fußball geprägt. Weiter Ball aus dem Mittelfeld und dann zumindest mal etwas für Romero zum Halten. Weiß lange nicht, wo der Ball hinkommt. Dann hat er Glück, dass er relativ mittig auf den Kasten den Ball bekommt. Aber Sevilla machte es jetzt besser. Fernandes. Und da ist Eva Banega mit dem vermeintlichen Ausgleich. Doch wir werden es gleich sehen. Die Abseitsstellung ist doch relativ deutlich. Knapp 1,5 bis 2 Meter. Doch es zeigte, dass eben der FC Sevilla jetzt mehr noch vorhatte. Wir springen aber schon in die 90. Spielminute. Ein letzter Angriff vielleicht. Fernando und das ist Suso. Der Ball schlägt ein. 90. Spielminute. Doch noch der Ausgleich. Sevilla rettet sich in die Verlängerung. Gegen die Laufrichtung von Romero. Steht auf dem falschen Fuß. Und nach 90 Minuten stand es dann 1 zu 1. Glück für Sevilla, dass sie hier noch den Kopf aus der Schlinge bekommen haben. Gehen wir in die Verlängerung. Der erste Durchgang nun wieder von Manchester United beherrscht. Wan-Bissaka schickt Greenwood über die rechte Seite. Schöne Flanke und Martial mit einem super Lauf. Geht direkt auf den ersten Pfosten. Täuscht da Manöver an. Und dann ist es Bono mit einer Glanzparade. Da muss man so schnell erstmal runterkommen. Hält das 1 zu 1 fest. Eine Möglichkeit im zweiten Durchgang der Verlängerung gab es dann noch einmal für Manchester United. Wieder über die rechte Seite. Wieder eine Flanke. Am zweiten Pfosten steht Rashford. Aber der trifft nur den Pfosten. Pech in der Situation. Das hätte die Entscheidung sein können. So ging es dann ins Elfmeterschießen. Der FC Sevilla gegen Manchester United. Das Duell um den ersten Finalplatz. Es stand unentschieden. Es ging ins K.O. Romero mit der Parade. Alles in der Hand jetzt von Manchester United. Aber so ein schwachgetretener Elfmeter. Und es ging nochmal in die Verlängerung. Diesmal saß der Ball. Und Bono bereitet sich vor. Bailey, der Innenverteidiger. Macht es nicht. Und Bono ist der Matchwinner. Kein schlechter Elfmeter. Aber klasse gehalten. Da oben rausgekratzt. Und der FC Sevilla setzt sich durch. Im Elfmeterschießen. Zieht ins Finale ein. Und Manchester United muss sich damit nach einem tollen Turnier verabschieden. Inter Mailand gegen Schachter Donetsk spielen ein fehlerloses Turnier. Und sie stehen absolut verdient da, wo sie jetzt sind. Es wird nur noch eine weitere Finalmannschaft geben. Und Inter Mailand machte hier von Beginn an erstmal den besseren Eindruck. Eriksen heute in der Startaufstellung. Lautaro Martinez zu Eriksen. Romelu Lukaku. Ansatzlos. Der Belgier in bestechender Form. Zwölfte Spielminute. Lukaku hämmert den Ball rein. Keine Chance für Piatow. Der streckt sich. Aber wie auch Lukaku den Ball hier mitnimmt. Mit rechts rübergezogen. Und mit links abgeschlossen. Unnachahmlich. In dieser Szene. Aber Schachter Donetsk nicht groß davon beeindruckt. Markus Antonio legt den Ball nochmal raus. Tyson quer. Moraes mit der Hack hier. Jetzt wurde es teilweise auch sehr ansehnlich. Ball nicht gut geklärt. Koválenko und Moraes scheitert aber an Handanovic. Den kann der Schlussmann von Inter relativ einfach parieren. Gab dann vor dem Seitenwechsel noch die Möglichkeit für Inter zu erhöhen. Sie waren schon die bessere Mannschaft. Wenngleich das Spiel weitestgehend fast auf Augenhöhe ablief. Young und Eriksen. Da konnte sich Piatow noch einmal auszeichnen. Starke Parade. Gut gemacht. Von allen Beteiligten. Super Dropkick. Der hätte wohl gepasst. 1 zu 0. Dann nach 45 Minuten Lukaku. Mal wieder der Unterschiedsspieler. Wie schon im Viertelfinale gegen Leverkusen. Drückt da dem Spiel sein Stempel auf. Von Donetsk Offensive aber zu wenig zu sehen. Nach wie vor. Nächste Möglichkeit. Piatow. Ein weiteres Mal im Fokus. Der den Ball hier parieren muss. Parieren kann. Und zur Sicherheit zum Eckstoß abwerten. Inter Mailand hatte alles komplett unter Kontrolle. Die zweite Hälfte nahezu ohne Offensivaktion von Donetsk. Lautaro Martinez bekommt den Ball nicht durch. Piatow kommt halbherzig raus. Und Galliardini. Wieder Piatow. Der stand mittlerweile komplett im Fokus. Hatte gefühlt mehr Ballaktion als jeder Spieler sonst. Bei Schachter Donetsk. Und trotzdem konnte er immer wieder in perfekt arrangierter Erscheinung treten. Lukaku muss es hier beenden. Piatow hat was dagegen. Aber es sollte nichts mehr machen. Denn Inter Mailand verteidigte das gut. Spielte nach vorne. Hätte noch den einen oder anderen Treffer mehr erzielen müssen. Gewinnt aber mit 1 zu 0. Und zieht damit ins Finale ein. Jo, das soll es dann auch wieder gewesen sein mit dieser Prognose. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo. Da würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und Adios. Bis zum nächsten Mal.